Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. So, soweit sind wir eigentlich hier alles safe. Tag auch, Sportsfreunde. Ihr seht aus, als werdet ihr voller Tatnag. Breit für den Prima Paletti Dummbarsch Weitwurf Wettkampf. Dummbarsch Wettkampf. Ihr müsst alle Dummbarsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Nur 30 Münzen kostet die Eintrittskarte zu einem rasanten Ritt durch das mitreißende Abenteuerleben eines Profi-Fischweidwerfers. Und sagt ihr na klar oder... Ne danke. Nein, erstmal nein. Oh, naja. Nicht jeder hat genug Kraft, außer und geistige Gewandtheit für den Fischweidwurf. Die meisten Leute ganz bestimmte. Trotzdem, danke für das Angebot. Ne, ich will jetzt hier erstmal noch... Da muss ein Viereck rein. Und das hatten wir doch, glaube ich, hier irgendwo gesehen, oder? War das hier nicht irgendwo? Ne. Hier geht es herunter. Was finde ich denn hier unten irgendwas? Hier kann ich nur ins Wasser. Aber das war es dann auch. Hier sind Biber. Wasser, 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 Wasser. Da komme ich nicht hoch. Aber hinter dem ist was. Komme ich da rum? Ja, da komme ich rum. Okay. Dann machen wir es halt so rum. Damit ist das weg. Okay, da ist eine Röhre. Wo führt uns die Röhre hin? Oh. Die Prima-Paletti-Röhre. Planetenmünze erhalten. Schön. Ich kann einmal hier lang. Der Stufe 17. Den kann ich eigentlich angreifen. Yes. Erwischt. Besieger alle. Ja, Bowser. Dann mach mal. Du bist doch hier Profi. Ah ne. Ach und. Einmal Bowser hochheilen. Und dann... Ja, los. Mit Bowser könnte ich bis nach da hinten hin. Komm her. Okay. Nein, das reicht nicht. Oh Mann. Dann machen wir die. Und nochmal. Okay. Feuer, Himmels, Regen. Ja, machen wir das auch noch. Verdammt. Ich darf nur... Ach, Mist. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Okay. Er darf zweimal, ne? Genau. Dann fliegen wir jetzt erst mal dahin. So. Wo platzieren wir uns am besten? Warte mal, erst mal Unsichtbarkeit. Machen wir es mal so. Erst mal unsichtbar sein und dann können wir angreifen. So, und jetzt könnte Mario angreifen. Ja doch, mach mal, komm. Aber jetzt kann doch sonst keiner mehr was machen. Und erledigt. Oh, yeah. Und nicht einen Schaden genommen. Müsste eigentlich so einen Perfekt-Bonus geben. So, da kommen wir her. Da können wir nicht lang. Das heißt also, wir müssen hier sogar lang. Hier ist weiter nix. Folge den Spuren. Drücke zur Finsterzeit. Okay. Gehen wir rein. Warum nicht? Aber hundertprozentig können wir jetzt schon wieder mit den neuen Fähigkeiten irgendwas von früher entdecken. Besiege alle. Hier ist jetzt die Frage bei der Teamverwaltung, ob es nicht mehr Sinn machen würde, sogar Luigi zu nehmen. Aber, mh. Teamverwalten doch. Luigi macht Sinn. Wobei, Rebella ist natürlich dann auch nicht schlecht, ne? Ach komm, wir probieren es einfach. So, dann gehen wir zu Bowser. Ah, Bowser kann sogar bis hier hin. Und könnte hier seine eine geile Attacke ausführen. Und die erwischt alle. Nice. Damit würde ich nur den platt machen. Ne, wir müssen das anders angehen. Wir müssen das anders durchgehen. Okay. Damit ist der weg. Mit dem greife ich. Den anderen mit erwische ich den auch. Okay, damit ist der erledigt. Und dann machen wir uns hier unsichtbar. So, Bowser hat noch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Bowser könnte beispielsweise noch springen. Dahinter ist noch einer, aber... Okay. Oh, ich habe sogar noch einmal Raserei. Dann machen wir das jetzt so. Und dann kann ich mit Bowser nämlich dann da hinten hinziehen. Ach, da hinten sind auch noch welche. Ah, ich muss weiter nach vorne. Okay, machen wir so. Okay, und jetzt haben wir noch Mario. Zack, dann ist der auch weg. Den erwischen wir definitiv. Okay, und dann machen wir noch... Ja. Warum hat der erst nicht gefruchtet? Was? So eine Reichweite hat der? Krass. Der erste, der Bowser richtig trifft. Okay. Hm. So, landen. So, komme ich dann von so nach da? Ja, damit ist das Schweinchen dann weg, ne? Genau. Der erste Treffer ist immer komischerweise... Egal. Machen wir so, komm. Dann gehen wir mit Bowser runter. Springen wir mal mit Bowser dahin. Nein, ich bin falsch gelandet. Oh, ich bin so doof. Okay, machen wir es jetzt erstmal so. Dann rufen wir den noch weg. Okay. Ach, Mario, da musst du das jetzt handeln. Okay. Okay, mit Mario kann ich jetzt... Den und den. Und damit übergeben wir an den Nächsten. Schock und hat sich geheilt. Glaubst du nicht? Ich erwisch dich schon, keine Sorge. Na. Und weg ist er. Erledigt. Ich habe leider doch ein bisschen Schaden genommen. Ein bisschen falsch gedacht, aber... Vertretbar. Okay, also hier ist dann nichts weiter. Nein, ich... Hier runterklettern. Und da ist ein Goomba. Einfach ein Goomba. Goomba, Goomba, Goomba. Goomba, Goomba, Goomba. Goomba, Goomba. Der Siege weg, Männer. Ja, komm, lassen wir so. Los geht's. Jetzt gehen wir erstmal mit Mario runter. Ne, erstmal gucken wir mit der Taktikkamera. Wo sind die weg, Männer? Das sind nur die zwei? Ganzhaft? So easy? Dann gehen wir jetzt erstmal mit Bowser runter. Das ist irgendwie komplett blöd, ne? Nein. Das war ja super blöd von mir. Nochmal machen wir es halt so. Und? Ist der jetzt erledigt, der eine? Der ist erledigt. Ich hab noch einen Sprunggut. So. Und fertig. So easy war das mit den Goombas. Ja. So, da ist das Dreieck. Und dafür brauchen wir ein Dreieck. Uh, Münzen da vorne. Sicher geht's hier nicht rüber. Das ist also, hier werden wir irgendwo das Dreieck finden müssen. Erstmal hier geht's runter. Da ist das Dreieck. Ich hab keine Angst vor denen. Nein. Geh voll auf Konfrontation. Wir siegen alle Claudiusse. Aber gerne doch. Hm. Hier könnte ich den schon mal ranholen. Hm. Es ist schon verlockend hier. Die kleinen Goombas hier alle einmal platt zu machen, ne? Na komm, näher. Guck, die läuft schön zu denen hin. Okay. Dann jetzt Rebella. Schön rüberfliegen, 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 rüberfliegen. Wunderbar. Wunderbar. Einmal. Und zweimal. Und dann springen wir wieder zurück. Nein, da komm ich gar nicht ran. Machen wir es halt so. Dann sind die auch schon mal weg. Wenn er sich bewegt, in meinen Radius rein, dann kriegt er da auch erstmal Ärger. Ich muss gleich mit Mario gucken, wie ich das am besten händle. Perfekt. Wo springe ich mit Mario jetzt am besten hin? Ja, ne. Ich muss ein bisschen außer Reichweite gehen. Ich habe noch zwei Fähigkeiten im Einsatz. Feuer, warte mal. Tactic Cam. Gegenfeuer ist ja unempfindlich. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der bis da vorne rankommt. Es hat mein Mario erwischt. Ich glaube es nicht. Was war L? Waffenbasiert und Frost-Effekt. Okay. Das machen wir so. Jetzt ist der eingefroren. Rebella kann einmal den wegmachen und einmal den. Dann können wir den ohne Probleme angreifen. Das war echt jetzt ungünstig. Darf sie nicht bewegen? Ja, das war doof. Minus eins. Das war einfach doof. Das war nicht für einen Cent nachgedacht. Oder richtig eingeplant. Dazu kommen wir später. Jetzt bringen wir das jetzt mal ganz kurz hier hin. um das da aufzumachen. Wir haben da Spaß auf dem Kürbis. Wir möchten jetzt aber auch noch wissen, was ist da hinten? Weil da hinten ist ja auch scheinbar noch was. Und da oben ist auch was. Also, hier scheint irgendwas noch zu sein. Hier kann ich nichts machen, weil mir wieder eine Fähigkeit fehlt. Na schön. Ist das schön, wenn eine Fähigkeit fehlt? Obwohl, wartet mal. Vielleicht die lila Fähigkeit. Hätte ich jetzt mal vielleicht gucken sollen. Hier, sowas dann. Ah, sag ich doch. Hm. Ah. Oh. Dann bringen wir es zurück. Dann geht das auf. Dann kann ich das nämlich wieder umswitchen. So. So, da ist die Brücke da auf. Und dann kann ich... hier rüber... und mir das da holen. Höhenangst überwunden. Glaube ich nicht, dass ich dadurch meine Höhenangst überwinden könnte, aber... Oh, ich habe schon wieder 1400. Moment, das ist von einem Spike. Aufheben. Wofür mag das sein? Vielleicht für hier jemanden? Vielleicht hier oben? Ah, da. Da. Aber reden kann ich trotzdem nicht mit ihm. Ach, da lang. Okay. Manchmal sieht man das echt sauschwer. Dann hier runter. Hier rechts. Geschafft. Hier brauche ich schon wieder einen Kürbiskopf. Hier kann ich nicht rüber, ne? Hier fickt mir auch einen Kürbiskopf. Hä? Er hier hat scheinbar eine Aufgabe für uns. Klar ist ein Kürbiskopf. Dann bringen wir den jetzt erstmal zu dem Kürbis. Okay. Hatte ich gesehen, war da ein Geheimgang, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber was hast du denn zu sagen? Irgendein Spaßvogel hat die Köpfe von meinen Vogelscheichen geklaut. Könnt ihr sie wieder anbringen? Dann betreten wir das Haus. Holen uns hier ein paar Münzen ab. Und hören uns ein bisschen Geschichte an. Die Einwohner veranstalteten einen Poesie-Wettbewerb, um einen neuen Dichterkönig zu küren. Denn Tristans Gedichte wurden immer von Tragödien begleitet. Tristan nahm verkleidet an dem Wettbewerb teil, um zu beweisen, dass es nicht seine Dichtkunst war, welche die Unglücke heraufbeschworen hatte, sondern einfach Pech. In 1142 Fällen. Ist ja gering. Immer wenn Tristan ein Gedicht vortrug, schlug das Schicksal zu. Natürlich machten die Prima Paletianer ihn dafür verantwortlich. Sie untersagten es ihm, Gedichte zu schreiben, und begründeten dies mit Sachschäden in Milliardenhöhe und seiner Verwendung von klischeehaften Metaphern. Hm. Das als Kind, ne? Ja. Aber, hier geht's jetzt nirgendwo raus. Und ich hatte draußen ne Kiste gesehen, deswegen war ich reingegangen, weil ich dachte, gut, dann kannst du in das Haus, und dann kommst du hinten aus der Kiste wieder raus. Nein, das scheint ein Geheingang zu sein. Oder so. So kann es natürlich auch gehen. Ah, da ist noch eine Vogelschläge, wo der Kopf fährt. Und wieso sind die Münzen denn schon wieder da? Eine neue Erinnerung. Die Münzen hatte ich doch gerade jetzt eingesammelt. Hä? Moment, und da? Achso, ja, das hatten wir schon. Das ist wegen dem Kürbiskopf, okay. Das ist wegen dem Kürbiskopf, das passt ja. Da oben waren wir auch wegen dem Kürbiskopf. Hier hinten waren wir noch nicht. Genau, diese Dinger hier. Was könnten die bedeuten? Das sind Fragen, die noch offen sind. Aber, diese Fragen werden wir in einer der nächsten Folgen klären. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tuchotrein. Tschö, tschö. Drinkере! Tschö, tschö. Tschö, tschö. Ausstellung. Und ich bin euer Tuchotrein. Giulia ist fell ε coaster. Tschö, tschö. Ich bin mal hier. Das sind ja, ich bin läge. Das sind ja, ich bin die drinnen. I bin die drinnen. Und ich bin die drinnen. Und ich bin. Ist es wichtig, oder? Und ich bin das bezübs colour ist. Ich bin die andere Mae. Unter Nate, die drinnen muss ja zu.